In diesem Video werde ich nach langer Zeit mal wieder Among Us spielen, weil gucken, wie ich mich schlage. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute sind wir mal in Among Us drin. Nach eineinhalb Jahren bestimmt nicht gespielt. Ich hoffe, wir haben hier gute englischsprachigen Leute oder so, keine Spanischen oder so. Aber ja, ich will mal gucken, wie ich mich schlagen werde und wir sind all-kick-crew-made, ist okay, ist okay, dann gucken wir mal, was passieren wird. So Leute, jetzt mache ich den mal für's Try. Ah, was ist denn los? Okay, Report. Gucken, was schreiben die? In Medbay. Blue Sass sagen die. Skip. Keine Ahnung, was die sagen. Warum wird für mich gewotet? Ich verstehe das nicht. Scan. Ich hätte jemanden, ich warte jemanden, bis andere Leute zu sehen. Jeder wird jetzt gucken. Ich glaube, dunkel grünen ist es oder weiß ich nicht, oder weite oder so, ich weiß es nicht. Haben nicht gesehen, ich bin schon sick. Okay, dunkel grünen. Boah, ich will so ein Video skippen. Es sind nur, es sind nur viele Leute tot. Wir haben noch ganz viele Leute im Leben, aber wir müssen gucken, die Tasks sind ganz gut dabei. Okay, wir haben jetzt alles, ähm, fast bis fertig. Ich kenne mich auch, ich muss es hier schon leicht liegen, aber mal gucken. Okay, wir haben jetzt alles, ähm, fast bis fertig. Ich kenne mich auch, ich muss es hier schon leicht liegen, aber mal gucken. Okay, emergency wieder. Bluecess, what the hell? Es sagt ja, ich will zu weit. Nee, Cupcake. Okay, erst hast du nicht. Oder sie, erst hast du nicht. Ich gehe jetzt auf Cupcake. Mir fehlen immer noch zwei Leute. Ich weiß nicht, warum. Es kann nicht sein. Oh, da bin ich in Emergency, es kamen. Tasks, Tasks. Anderen hätte ich mich kehren können. Entweder Enter, die, oh, die Lara, oder auch ein Gummarmel. Wollte ihn jetzt. Ganz komisch, aber ich wollte ihn jetzt. Ich habe keine Ahnung, warum. Zwei Impulser sind am Leben. Mann. Was machen die von Navigation? Es ist einer von denen da hinten in der Gruppe. Es ist einer von denen, weil ich dann in einem anderen Raum. Danke. Jetzt wissen die, dass ich safe bin. Oh, es wird niemand rausgenommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Boah, es ist ein Impostor. Let's go. Boah, alle. Hier ist auch die Lara. Ich habe keine Ahnung, ob ich ein Fehler habe, weil es ganz viele hier wählen. Aber... Oh. Ja, come on. Es war doch so klar, dass wobei kein Impostor ist. Okay, das ist sie. Ja, da wird sie wieder. Fast jeder. Nee, nee, nee. Green. Ah, okay. Ich hasse green. Es ist doch keine richtige Runde mehr. Jedes Mal emergency. Oh Gott, oh Gott. Oh. Ich weiß nicht, ob es eine Fehler war, ne? Aber alle sind safe, haben sie gesagt. Ja, ich habe doch gesagt King Steve. Yes. Schön. Starke Runde. Okay. Okay. Oh, oh. Oh, so ein Ruder. Da muss was heißen. Ey, oh mein Gott, ich bin Sannik aus dem Schnitt jetzt gerade, ich kann nur sagen, die restliche Runde, also die letzte Runde, die gerade im Hintergrund zählt auf 1.000. Da ist nichts Spannendes passiert, wir haben die Runde verloren, wie ihr hier jetzt auch sehen könnt. War nicht gut gespielt. Let's go, let's go. Oh, ich wollte lange, brauch auch guter Try. War auch guter Try. Jetzt hassen sie mich, Rabbi. Hier, blau haben die gesagt. Boah, ich spiele das gerade sehr schlecht. Wo sind die denn alle? Die rennen alle weg. Ich habe keine einzige Chance, das irgendwie mitzuspielen. Okay, jetzt eine einzige Chance. Wieso geht das nicht? Oh, Ty, Ty, Ty. No one was ejected, Ty. Okay, das ist so schwer. Okay, ich habe es gemacht, ich habe es gemacht. Die sagen jetzt wirklich für mich. Grey from first. Grey, no. Ich sage jetzt einfach eher, weil er sagt die ganze Zeit, dass ich es bin. Das Decke ist so gut, aber... Das ist ja raus, aber jetzt wählen die mich als nächstes halt. Meine Postal-Mate musste ich dann machen. Ich habe es nicht gut gespielt. Das ist schlecht von mir gewesen. So, wie ihr hier schon im Winterentag erkennen könnt, ist dann weiteres nichts passiert. Doch dann... Oh, ich bin jetzt so schlecht. Was mache ich denn? Die wollen mich raushauen. Die wollen mich dann... Hä? Dann raten mal, wer gewartet wurde. Ja, seht selbst. What the... Okay. Aber da hätte Michelle Grün auch wählen müssen. Weil so hat er richtig einen Suspekt, weil das wissen die alle, das ist eigentlich so... Come on. Und was macht Grün dann? Ja, guck dich das an. Das ist so stark. Das ist so stark. So, wie ihr seht, hat Lime in der Postal-Mate einfach jemanden gekillt. Ich glaube, das war der Beste. Da hat ihm noch GG gesagt. Und... Da wollte er noch ein Game mit den Spielen, mit den letzten. Aber darauf hatten die Leute keinen Bock. Ja, okay, leider haben wir jetzt verloren. Ähm... War halt dumm, aber... Ich habe super schlecht geschwählt, muss ich sagen. Also... Das kann man nicht anders sagen. Ich war super schlecht. Ähm... Ah ja, das war's jetzt erstmal mit dieser... Folge von der Mungas. Bald kommen wahrscheinlich noch mehrere Folgen. Also aktuell habe ich noch ein paar Probleme mit dem Video schneiden und so. Aber... Ich hoffe, das geht erst besser. Wir sind auf dem Asien-Server sicher. Wir müssen auf dem Europe-Server. Und... Ja, dann... Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.